Was langweilig, was langweilig. Echtes Ziel, Werteilung. Ich bewege, Umrenner, Fahrrad fahren mit guten Anzügen. Haha! Mein Achter, diese Scheißdose. Hallo. Ja, ja, oh ja, 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 ich bin interessiert, ich bin interessiert. Ein Gewehr, ja, da kommt's rum. Na, na jetzt. Na ja, na klar, bis gleich. Tschüss! Da bringt mir jemand ein Gewehr zum Schießen. Cool. Bleibt es ja, bleibt es ja. Ja, hallo. Na ja, mal anständig. Heißer, Mann! Nein, was? Na, ich wollte das Gewehr verkaufen. Was willst du denn da haben? Ja, ich dachte, was willst du da haben? Was willst du jetzt sagen? Gewehrmlegen. Zeig, du! Ja, mach dich vom Akko. Halt! Schönebleib! Drück! Die Sonnenbrille ist cool. Die bleibt hier. Mitläge. Mitläge. Gut. Jetzt weg! Ritter! Hi! So, sag noch mal. Der Idee ist weg. Kann ich endlich mal die Werke schießen. Wollen wir mal ein Stück ran hier? Ja. Gucken wir doch mal hin, was er uns gebracht hat. Ein... Tja. Ein Crossman. Was ist das? Moment, ich gucke. So. Äh, Grossman. Ergans. Patent-Pending. Modell 1077. Hier kann man mal nachgiegeln. Falls es euch interessiert. So. Ein CO2-Gewehr. Ne. Mit Magazinen. Tiefenrohr ist dran. Oh Gott. Naja, äh. Das Problem ist bei dem Tiefenrohr, dass es wahrscheinlich nur sehr wenig Geld gewösset hat. Aber mich interessiert nicht. Gewehr bleibt hier. Ich weiß nicht, ob hier was tut. Da ist ja noch so ab drauf. Ist ja wahnsinnig. Aber... Hier. Hier ist... Kann man nichts draufschrauben. Das ist auf der einen Seite gut, weil ich da was reinmachen kann. Das ist auch etwas, was ich von jemandem bekommen habe, der meine Videos hin und wieder guckt. Wahrscheinlich immer. Und zwar... Oh, da. Und zwar... Hier. Ein Laser. Wissen Sie, wie das Ding angeht? Jo. Jetzt ist er an. Kann man das sehen? Hehehehe. Jo. Ah, Scheiße. Boah. Blending. Blending. It's Blending. A Laser Ring. Nicht gut für die Augen. Wäre gut. Dann kann man hier vorne reinstecken auf jeden Fall. Ja, so. Und ich kann mal gucken. Ich gucke gleich mal. Hehehe. Mach ich doch gleich mal hier eine Testung. Oder mal her hier. Und zwar kann ich jetzt gucken, wo der Laser hin zeigt. Ob da ungefähr mein Zielfernrohr hin zeigt. Oh, ja. Das könnte... Das ist etwas nach links und rechts hier. Oben. Das muss ich einstellen. Auf jeden Fall wird es darum gehen. Heute, dass ich das Luftgewehr mit dem Laser einstelle. Und nicht mehr reingucke vor allem. Danke, Heiko. Ich werde das jetzt auslesen. Das hier hat der Kollege auch da gelassen. freiwillig. Und meine Schießbrille werden. Warum? Weil ich hier leicht vorbeigucken kann. Naja, das wird schon. Das ist auch eine Sonnenbrille, Schießbrille. Alles zusammen. Geiles Ding. Kommen wir mal zum wesentlichen Teil dieses Gewehrs. Wie gesagt ist das. Wie gesagt, wie gesagt. Mit Magazin. Ja. Das hier ist ein Magazin. Zum hin und her drehen. Hier ist ein Arretierding ins Hebel. Zeug Ding. Und dann kann ich das hier rausnehmen. Hier sind eins. Ich halte die Schüsse, wenn ich es belade. Was ist das? Hier ist ein Diabolo drin. Hier ist ein Diabolo drin. Wir haben ihn raus. Den muss ich ja mal raus erprobieren, weil ich nicht weiß, was das für ihn ist. Ich weiß nicht, wie man es nennt. Mit einer Spitze nach innen Diabolo. Heute verschießen wir. H&N. Original vier Tage drauf ist. Warum? Weil die fast jedem Gewehr laufen. Zwei Wochen. Da gucke ich ja. Übrigens würde ich dieses wunderschöne, wunderschöne Gewehr auch veräußern. Mit Veräußern meine Verkaufung. Meldet euch bei mir, falls ihr es wirklich kaufen wollt. Bis jetzt ist es ein handliches Gerät. CO2 betrieben. Exakt ist die Kartusche jetzt schon drin. Und es ist noch Dichte. Das man ja von mir manchmal nicht behauptet. Hier sind unendlich viel Schuss. Seid ich vergessen zu zählen. Verdammt. Ich habe hier. Hier sieht man mal das beladene Magazin. Ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Ein zwölf Schuss-Magazin. Überlebt. Achso. Das wurde zuseitig hingeschoben hier. So. Wie genug. Scheiße. Halt doch den Rand. Das ist kompliziert. Also wir schieben das hier hin. Zack. Dann wird dieser Hebel hier nach hinten gedengelt. Dann hoffe ich, dass ich das jetzt richtig rumgeladen habe. Und schiebe das hier hin. Zack. Hier ist noch so ein Hebel. Falls ich jetzt hier einen Diabolo verklemmen sollte. Irgendwann mal durch irgendeine unachtsamkeitliche Geschichte. Kann man hier mit nach unten drücken und nach vorne. um das zu... wieder raus zu... schießen. So. Weg scheiß Stuhl. Weg. So. Ich richte mich kurz ein und dann... Schießen wir. Achso. Hier. Laser. Laser. Er hat eine... unglaublich lange, dünne Seite. jemand hier vorne drin steckt. Zack. Also so. Und das war's schon. Das war's schon, was ich sagen wollte. Wir haben hier... 16,5 Meter. Da sich mein Hof etwas verkleinert hat. Ich gucke jetzt hier mal durch. Achso. Ich muss den Laser noch anmachen. Auch das Magazin vielleicht raus. So. Laser. Laser an. Laser ist an. Upsalap. 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 Ich gucke hier noch mal durch. Mal gucken, wo das Ding hin zeigt. Nein. Also ganz schön weit unten. Ich versuche mal. Einfach mal. Halbwegs. Oh Gott. Verflucht. Verfluchtes Billigzeug, Begleiter. Ah. Das Problem ist, ich brauche einen Goldschraumsicherer. Da bin ich wieder mit 10 Goldschraumsicherer. Nicht ganz. Aber was denn da ist? Und so ein Blinder. Hat das Zielfernrohr schräg drauf gebaut. Jetzt ist es nicht mehr schräg. Es hat sich während meines Anziehvorgangs vergradigt. Wo sind jetzt die Laserpunkte denn? Ach. Schrei in der Fresse. Der Laser ist immer da. Ich glaube ich überlebe das so. Meine Laserschutzbrille. Und wo sehe ich denn die Laserrichter vorne? Gibt es doch nicht. Das macht mich wahnsinnig. Äh. Ich probiere es nicht mal an. Dann rast sie aus. Äh. Leck mich am Arm, jo. Ich sehe eben so. Batterie ist alle vom Laser. Was? Da die Schicht mit dem Laser hätte nichts wird. Ja, ich lasse versuchen einzuschießen. Was ich vorhin gesehen habe, dass der Laser ein Stückchen nach unten war. Ich schieße einfach mal, was passiert jetzt hier. Achso, das ist halbautomatisch hier. Halbautomatisches Schieße mehr. Schutzbrille auf. Und los jetzt. Das haben wir aber geknallt, sag ich euch. Ich muss mit dem Schuss ein bisschen tiefer. Äh. Aua. Also. Der Wiel ist nur höher. Dann muss ich mit dem Schuss. Ab. Hup. Heißt hoch. Also in diese Richtung. Ja. So. Erster Schuss. Mal sehen. Ob ich richtig rumgedreht hat. Aber. Ich schieße in die Mitte. Ich bin tatsächlich höher. Ich komme schlafen. Haha. Schaut mal hier. Ich habe einen Schraubenzieher Fingernagel. Womit ich auch drehen kann. Da schaut hin. Die Höhe ist gut. Ich drehe noch ein bisschen hier an dem Rad. Dreher Rad. Und werde. Der Schuss muss nach. Was sind das für. Links. Schuss muss nach links. Der Schuss muss nach links. Also muss ich nach links drehen. Nach rechts drehen. Mal eine Drehung. Mal sehen was passiert. So. Äh. Natürlich ist das auch ein. Ein. Übungsvideo. Wo Leute die. 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 Ich hör mal die Karte her, es sah sehr beschissen aus. Einen Moment. Das hier ist das Ergebnis. Es sind sehr abfallende Schüsse. Na ja, wir versuchen mal noch eins. Da arbeitet jemand, das ist aber nicht. Ich tanze jetzt hier. Jetzt. Das hier war der erste Schuss. Ich nehme an, dass durch dieses Cool-Down-Scheiß-Zeug hier viel passiert ist. Also ich mache jetzt einfach mal eine neue CNC-Wei. Oh Gott, das ist ein Rennen. Nee. Hier vorne ist ein Schlitz. Da kann man ein Schlitzschraubensüberwenden, um das aufzumachen. Wie immer Gas. Ich habe mich nicht mal erschrocken. So einfach ist das. Mein Akku ist gleich lealt. Hier mit Nippel-Funktion. Und CO2. Ich werde jetzt mal eine neue Kartusselin machen. Und einen neuen Akku. Weil mein Akku schon wieder lealt. So ein Dreck. Ach so, ich habe kein Tourette. Wollen Sie mich mal gefragt in den Kommentaren. Da bin ich wieder. Mit meiner neuen Schießbrille hier. Die ich erstmal hochklappen kann. Weil ich schieße jetzt noch nicht. Ja. Äh, leere Kartusse. Ich denke, dass es daran lag. Weil es sind ja so billige Kartuschen hier. Die sind auch schon sehr alt. Aber, naja. Ja, der es mir verkauft hat, hat sicherlich ein Minusgeschäft gemacht. Jetzt kommt der spannende Augenblick. Hier drehen. Vielleicht hört man das ja noch. Das ist ja komisch. Vielleicht, das wird vielleicht erst beim ersten Schuss angestocken. Ich habe nämlich jetzt nichts zwischen hören. Wir probieren das einfach aus. Zack. Dann schieße ich nochmal auf der Scheibe. um zu klicken. Hey. Oder hängen wir rum. Ich schieße. Mach ich mal nochmal. Schieße in das Wesen. Mit einer Kartusse. Ich schieße jetzt nochmal auf der Scheibe, um zu versuchen, dass es ein halbwegs genauer aus Trefferbild im Kiel. Mal gucken. Das hat ja schon geknallt. Das. Ja, dann kann man nochmal nachziehen. Oh, der war ja ein bisschen daneben. Der habe ich vielleicht bezogen. Ich muss kurz mal abstehen. Was soll das sein? Dieser Abzug hier. Das hier. Also, das ist eine Krücke. Aber das ist ja eine Krücke. Ja, den kann man drücken und drücken. Ja. Oh. Äh, hier ist eine Wand. Da ist eine Wand. Da kann nichts passieren. Also hier der Abzugsweg. Wisst ihr, wie schwer der Abzug geht? Weil man hier einen Abzugstest hat. Das ist ein bisschen ein 2-Kilo-Abzug, Junge. Ja. Wird den Eis her auferzogen. Hier mal eine Scheibe her, um euch das zu zeigen, was hier passiert ist. Das hier. Hier. Das ist in der ersten Schuss gewesen. Das sieht so schlecht nicht. Halt doch, der Klauze. Das sieht so schlecht nicht aus. Aber der Abzug von dem, ja, der macht mich krank. Wenn man das wechseln kann, kann das mal irgendjemand irgendwo festhalten, in einem Video vielleicht. Meine, äh, mein Schießing-Place for Beginners and Profis ist aufgebaut, wie immer. Gucken wir mal, wie viele Schuss ich noch hab. Ach, mein Gott, ist das doof. Ich hab noch zwei Schüsse drin. Ich mach' ihn mal schnell. Ich mach' ihn mal schnell, äh, oder langsam schnell, Magazin wieder voll. Und gleich wieder da. Ja, nicht wahr, sondern jetzt, jetzt, wo ich hier, äh, wo ich hier, äh, dieses Video gedreht will, fang' ich ja mit arbeiten da drüben. Das ist mein Nachbar-Ber-Seinlich. Er hat mich provoziert. Mein mich provozierender Nachbar. Wer auch solche Nachbarn hat, nicht auf mich schießen, sondern einfach Polizei rufen, anzeigen, wenn ich euch was schießen, mit Schutzbrille diesmal. Und die Leute, die sich dauernd aufdrücken. Sehr witzig, jetzt wollte ich repetieren, ich brauch' ja nicht repetieren. Das ist automatisch, also nicht automatisch, muss dauernd hier draufdrücken. Aber, das funktioniert gut, das finde ich schon mal cool. 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 An solchen Tagen wünsche ich mir, ich würde Biathlon Athlet sein. Naja, lieber nicht. Der Nachbar riecht mir auf das Auge. Hier sind einige CO2 Ziele, so wie sie aus wie der von Matrix, bloß ein paar S. Ach Scheiße, leer. Äh, es ist mal wieder leer geschossen, glaub ich. Ja, wisst ihr auch nicht wie schnell 10 Schuss, ob ihr mal weg sein könnt, das ist doch Mist. 12 Schuss meine ich. Genau. Zack. Das finde ich auch zu cool, ja. So. Boku. Äh. Äh. Ja. Einigerastet. Ähm. Oder auf Zombies. Äh. 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 Schreibt mich privat an. Schreibt mich privat an. Gute Deutsch. Also hier mit Wechselmagazin habe ich nicht, aber hier mit diesem Magazin, 12 Schuss Magazin. Zielfangrohr, ob man sich ja noch ein Neues durchpassen will oder so oder nicht. Achso, was ich noch vergessen habe zu sagen, hier ist keine, wie sagt man denn, keine Gimmel mehr dran. Die hat, die ist verworren gegangen. Die Magazine mit 12 Schuss sind ruch zurück leer. Man kriegt gar nicht mit, wie schnell das weg ist hier, weil das ist ja halbautomatisch. Halbautomatisch. Nur drücken, äh, drücken und das war's. Fies. Ich verabschiede mich für heute wieder. War wieder ein schöner Tag. Ich dachte es scheint mir Sonne, dass ich euch noch ein bisschen mehr umhalten könnte, aber dem war nichts. Vielen Dank fürs Zugucken. Äh. Bis zum nächsten Mal.